Was macht die langen und tristen Arbeitstage erträglich? Was gibt beim Abschied die Hoffnung auf ein Wiedersehen? Was hilft in den dunklen und grauen Monaten, wenn sich die Sonne nur sehr selten zeigt? Es ist die Hoffnung, dass die besinnlichen, aber auch begeisternden, die sportlichen, aber auch relaxten, die entspannten, aber auch abenteuerlichen, auf jeden Fall aber die unvergesslichen Urlaubstage bald wiederkehren. Die Zeit für Gefühle. Jeder Mensch, der ihn einmal gesehen, gelebt, gespürt, vielleicht sogar getanzt, auf jeden Fall aber gefühlt hat, der freut sich auf ihn. Den Robinson-Club-Tanz. Ganz egal, wie ungewöhnlich der Ort oder die Art der Performance auch sein mag. Chandia Playa grüßt. Viva Chandia! K-Leitsache! Jetzt, wir machen immer wieder Attack und Bewegung. Und gut. Ok. Geht los! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.